Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es ein wenig um Uber-Unics und vor allen Dingen einerseits das schlechteste Uber-Unic, was in letzter Zeit ein wenig zu gut gemacht wurde. Darüber möchte ich reden und gleichzeitig möchte ich direkt die Chance nutzen, über alle Uber-Unics zu sprechen. Und dafür würde ich sagen, gehen wir einmal chronologisch durch und fangen einmal mit den Helmen an, gehen dann rüber zu den Schwertern und dann zum Schmuck. Und da können wir direkt mal mit dem ersten anfangen, das ist an Daryl's Antlitz. Super Uber-Unic, da will ich gar nicht zu viel zu sagen. Ist super für Damage-Over-Time-Charakter wie ein Jäger und ein Nekro. Ich habe sogar schon zwei richtig coole Bilder zu gemacht, könnt ihr euch ja mal anschauen. Einmal ein Nekro-Bild, der komplett auf seine Ult gegangen ist und Schattenschaden. Shadow-Blight war sehr nice, auch für Schlachthof von Zier. Sehr zu empfehlen, einmal den Jäger-Bild mit Damage-Over-Time. Dann haben wir Harlekins-Krone und da können wir uns glaube ich alle sicher sein und sind wir uns alle einig. Harlekins-Krone ist das beste Item im gesamten Spiel. Hat die besten Affixe, die man haben kann auf einem Kopf plus einen richtig verrückten Aspekt mit den vier Leveln auf alle Fertigkeiten. Und 20% Schadensreduktion, Abklingzeit, Ressourcen-Erzeugung, maximales Leben und alle Werte. Ich glaube da müssen wir auch nicht viel zu sagen. Harlekins-Krone, ein absolutes Uber-Unic, was den Namen Uber wirklich verdient hat. Dann kommen wir zum Großvater und hier wird schon ein wenig tricky. Den Großvater kann man erstens nur auf den Nekro spielen und auf dem Barb. Auf dem Nekro wird es eigentlich nicht gespielt, weil ihr beim Nekro das Problem habt, dass ihr nicht so viele Slots habt, um Waffen einzusetzen. Deswegen spielt man den Großvater eigentlich nur auf dem Barbaren und da eigentlich immer, weil es immer, 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 immer ist der Großvater eine Bereicherung für jeden Wild. Ihr habt unfassbar viel Crit-Schaden, ihr habt unfassbar vieles Max-Life, ihr kriegt flat 84% mehr Schaden, 108 auf alle Werte, das alleine ist schon richtig crazy. Und kein Haltbarkeitsverlust, okay das ist jetzt nicht so spannend, aber die anderen vier Sachen sind halt so extrem krass. Ist nach Harlekins-Krone meiner Meinung nach auf jeden Fall das zweitbeste Uber-Unic. Und dann haben wir bei den Waffen Aha-Varion-Stab von Likanda. Und das ist leider ein Uber-Unic, was ich bisher noch nicht verstanden habe und die PS, die es hat, noch nicht auf die Straße bekommen hat. Ich habe es schon auf dem Magier und auf dem Druiden versucht. Ich habe hier auch gerade ein Druiden-Bild, der ein bisschen auf Gefährten geht, wo ich gedacht habe, da könnte der eventuell gut funktionieren. Aber ich habe leider noch kein Bild gefunden, wo dieser Stab gut funktioniert. Deswegen da eine ganz wichtige Frage mal an die Community. Ihr wisst da immer ein bisschen mehr Bescheid als ich in der Szene. Gibt es ein geilen Bild, gerade auf dem Druiden mit diesem Stab, der sowohl die Afixe als auch den Aspekt gut ausnutzen. Weil ich habe leider keinen gefunden und ich konnte auch bislang keinen guten zusammenbasteln. Gefährten läuft leider nur so semi damit, weil der Aspekt von der Waffe leider nicht so gut ist. Man kriegt einen random Schreineffekt alle 20 Sekunden, wenn man Elite killt. Das kann natürlich ganz cool sein, dass man diesen Blitz bekommt. Kann aber auch ganz doof sein, dass man vielleicht nur diese Druckwelle bekommt oder dass man keine Ressourcen braucht oder irgendwas anderes. Man kann es halt nicht so genau sagen, weil es random ist. Dazu kommt noch, dass beim Druiden und beim Magier dann beide Slots belegt sind. Das ist wieder das große Problem von manchen Klassen im Gegensatz zum Barbaren zum Beispiel. Wenn ihr eine Zweihandwaffe tragt, mit einem Druiden oder mit einem Magier, dann sind eure Waffenslots alle belegt. Und das ist halt schwierig, wenn man nur eine Waffe hat und die dann so einen Aspekt hat, der keinen Bild fördert. Deswegen schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, ob es da ein geiles Bild gibt. Dann haben wir den Doomy, den Verhängnisbringer. Auch eine richtig solide Waffe. Der hat den extremen Vorteil, dass es eine Einhandwaffe ist. Das heißt, für den Jäger, für den Necro und auch für den Barbaren eine richtig, richtig gute Waffe, die man eigentlich per se immer spielen kann. Gibt 26% Base Leben. Man kriegt Base Kernschaden, noch ein bisschen Schaden an sich. Und Glückstreffer für Schattenschaden. Der ist nicht ganz so geil, aber alleine für die 26% mehr Leben. Das heißt, für die ganzen Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Survivability brauchen, Verhängnisbringer, auch ein super Uber-Unic, bin ich super zufrieden mit. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch zwei Uber-Unics. Und das sind für mich mit Abstand leider die schlechtesten. Das ist einmal Ring der Sternenlosen Himmel. Den würde ich sogar fast noch sagen, dass man eventuell spielen könnte, weil der Aspekt gar nicht so schlecht ist. Wir erinnern uns zum Beispiel an Umarmung der Mutter. Da habt ihr ja einen Aspekt drauf, dass wenn ihr vier Gegner gleichzeitig trefft, 20-40% Ressourcen zurückbekommt. Hier beim Sternenlosen Himmel ist es so, umso öfter ihr eine Kernfertigkeit einsetzt, umso mehr Ressourcen bekommt ihr zurück. Und nach dem vierten Mal Einsetzen sind es 40%, die ihr dort zurückbekommt. Und es ist egal, wie viele Gegner ihr trefft, ob ihr einen Elite-Gegner trefft, ob ihr einen Boss trefft oder oder. Es geht dann rein um die Kernfertigkeiten. Und erst wenn ihr eine andere Attacke einsetzt als eine Kernfertigkeit, wird dieser Bonus zurückgesetzt. Bedeutet, für alle Builds, die auf Kernfertigkeiten gehen und Probleme mit Ressourcen haben, kann der Ring Sinn machen. Und jetzt kommen wir zu den Uber-Unic, wieso ich das ganze Video überhaupt gemacht habe. Das heißt, für alle, die jetzt noch dabei sind, Leute, geschmolzenes Herz von Selig, das ist der Grund, wieso ich dieses Video überhaupt machen möchte. Weil da mir zu viele Falschinformationen in letzter Zeit, auch bei mir im Stream, leider gespreadet wurden. Und zwar haben einige gesagt, dass geschmolzenes Herz von Selig komplett broken wäre, weil das einen unbesiegbar macht. Was per se nicht unbedingt falsch ist. Obwohl doch, nee, ich sagte es, es ist per se falsch, weil kein Charakter hat 300 Ressourcen. Und wenn man sich den Aspekt mal vernünftig durchliest, dann versteht man auch, wieso. Wenn man Schadener leidet und dieser Schaden ist tödlich, man kriegt also einen One-Hit ab und das komplette Leben ist weg. Würde man 100% Leben, 1% 3 Ressourcen eintauschen. Das heißt, wenn ihr nicht mehr als 300 Ressourcen gerade ready habt, ist der Treffer gültig und ihr sterbt. Es ist also nicht so, dass ihr mit geschmolzenes Herz von Selig automatisch unbesiegbar seid. Wenn ihr Ressourcenprobleme habt, wenn ihr nicht immer Ressourcen voll habt. Ich habe das im Stream schon ausprobiert mit dem Barbaren, mit dem Magier. Wenn ihr nicht durchgehend Ressourcen voll habt und richtig, richtig krasses Überpotential an Ressourcen habt, dann ist geschmolzes Herz von Selig wirklich sehr, sehr schlecht. Weil es die ganze Zeit, wenn ihr angreifen werdet, Ressourcen abzieht und halt One-Hits, das heißt Angriffe von Bossen, wie zum Beispiel der Meerjungfrau oder von krassen Elite-Gegnern, nicht komplett abfangen kann. Weil ihr dafür halt theoretisch 300 Ressourcen braucht. Und deswegen, das wollte ich unbedingt mal sagen, für alle die denken, ey mit geschmolzenen Herz von Selig kann ich den Schlachthof von Zier easy schaffen. Es ist leider nicht so. Weil ihr halt mindestens 300 Ressourcen braucht. Und selbst wenn ihr auf die Ringe maximale Ressourcen macht. Wenn ihr mit dem geschmolzenen Herz von Selig 30 Ressourcen mehr habt. Wenn ihr wirklich komplett auf maximale Ressourcen geht, habt ihr, soweit ich weiß, nicht die Möglichkeit 300 Ressourcen auf irgendeinem Charakter zu haben. Berichtet mich gerne unten in den Kommentaren, falls ich da falsch liege. Aber ich meine, weder der Magier, noch der Druide, noch der Jäger, Necro, Baba, niemand kann über 300 Ressourcen haben. Und deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass viele denken, dass geschmolzenes Herz von Selig komplett richtig, komplett broken ist. Weil ich finde, das ist einfach mit Abstand das schlechteste Uber-Unit überhaupt. Die Afixe sind schlecht, Schaden in gesunden Zustand, 35%. Gibt es auch auf anderen Amuletten bessere Afixe. Ressourcenerzeugung 18%, ist auch nicht außergewöhnlich. 30% mehr Schaden für Kernfertigkeiten, okay, ist ganz okay. Aber 27% plus alle Werte, wenn wir uns da den Großvater angucken, klar ist eine Zweihandwaffe, aber hier kriegt man 108. Ist also auch nicht so die Welt. Und dann haben wir halt den Aspekt, wo es so viele andere Aspekte und Unics gibt, Amulett-Unics, die da besser sind. Also wenn ihr mich fragt, geschmolzenes Herz von Selig mit der schlechteste Uber-Unik. Und jetzt sind wir alle Uber-Unics einmal durchgegangen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt mal ein Overview und könnt selber einschätzen, ey, das Uber-Unik ist gut. Das will ich haben, das Uber-Unik ist nicht so gut und will ich eher nicht so haben. Wir machen dieses Wochenende auch wieder Duriel-Runs. Wenn ihr dabei sein wollt, dann gerne auf Twitch einmal vorbeischauen. Und am Sonntag verschenke ich auch nochmal 100 Duriel-Runs. Wenn ihr da dabei sein wollt, checkt auf jeden Fall mal Twitch ab, da geht es Sonntag morgens los. Und ich verschenke an die Community 100 Runs, das ist dann also für euch 300 Runs, wo ihr mitmachen könnt. Und außerdem ist ja heute Abend das Campfire. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen und ein Like da lassen. Da werde ich euch alles dann morgen zusammenfassen, was wir neue Informationen bekommen. Einmal zu Schlachthof von Sia, was am 5. kommt. Und von der Midwinterpest, von dem Event, was eine Woche später kommt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Lasst gerne ein Like da. Und ich sage bis zum nächsten Mal heute, hau rein.